Tipp Nummer 7. Transporte überfallen. Ihr werdet immer mal wieder, entweder auf Straßen oder auch wie hier abseits in der Wüste, auf Transporte stoßen. Mit unserem gefiedernden Freund können wir in der Lufterklärung jetzt genau ausspähen, um wie viele Gegner es sich handelt und was sie transportieren. In diesem Fall ist die Beute 200 Drachmen. Es gibt aber auch Transporte, die Herstellungsmaterialien in nicht unerheblicher Menge wie Bronze, Eisen etc. transportieren. Ja, nachdem wir das geklärt haben, greifen wir sie an, vernichten sie und sammeln dann schön gediegen unsere Beute ein. Man kann übrigens auch von Reittieren und auch von Booten aus den Loot einsammeln. Sehr schön hier die Löwen im Hintergrund. Man kann also auch Loot einsammeln, wenn man auf Reittieren oder auf Booten sich befindet. Man muss dazu nicht extra absteigen. So, ich suche jetzt noch schnell die zweiten 100 Drachmen und damit wäre dieses Thema dann auch erledigt.